Moin moin und herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Arena. Ja, wir müssen den Rest vom Labyrinth hier noch weiter kunden, vor allem es geht hier noch weiter nach Norden. Und ich frage mich, wie weit geht es denn noch? Wie weit sollen wir hier noch Richtung Norden irren? Ja, wir sind jetzt schon hier. Und die Frage, die ich mir stelle, ist, wo finden wir jetzt endlich diesen Diamanten? Vor allem die ganzen Dungeons werden ja auch immer größer. Der obere Teil, der war ja noch angenehm, der war noch relativ klein, übersichtlich, könnte man sagen, auch wenn es relativ eng war. Wer schießt hier? Da war er. Hat sich in der Ecke verlochen. So, tot ist er. Hat er davon. Noch in den Raum noch. Nötter Versuch, Wolf. Aber echt, wie groß ist denn jetzt das hier? Wollen wir jetzt hier wieder gucken? Es geht hier ja noch weiter. Okay, da scheint es hoffentlich jetzt Ende zu sein. So, er hat nichts. Fünf Gold, immerhin. Mehr als der andere. Und der hat 35. Und ein Dolch. Okay, hier geht's weiter. Egal. Kann doch nicht sein. Der Monk ist schon wieder. So, 48 Gold, immerhin. Was ist hier? Boah, sorry, musste gerade husten. Aber echt, was ist hier? Entweder geht's hier. Entweder geht's hier im Norden noch mal weiter und dann kommen wir da hin. Oder da kommt man nur über Passwall hin. Oder mit Hilfe von Passwall. Ja, wo sind wir jetzt? Ach, wir sind wieder hier. Können wir hier jetzt auch mal. Oder da im Norden. Nein, wir gehen erst mal hier. Nach links, hier genau. Hier gegenüber war keine Tür. Ah, wieder. Ah. Immer diese Geister. Wölfe, die kein Gold haben. Da ging's nicht weiter, genau. Okay, dann lassen wir da noch mal hingehen, weil da scheint schon ein Ende zu sein. Aber noch weiter nach Norden geht's doch nicht. Dann geht's da in diese eine Ecke nur über Passwall. Und dann ist die Frage, was ist denn da oben? Jetzt ist die Gold. Und hier liegt wieder einer. Oh, Mitril langs Wort. Den auch erklärt. So, dann gehen wir zuerst hier dann. Und gibt's auch nichts. Hallo. Hallo. Oder du ich? Komm schon. Okay, dann können wir hier weiter. Ah, und da fehlt noch so viel, ey. Ich hab' keine Ahnung, wie weit es noch nach Osten geht. So, sind wir schon? Ja, wir sind im richtigen Gang. Dann weiter geradeaus. Und nichts. Genau, jetzt hier rein. Oh, nö. Der nimmt mich komplett auseinander. Und der hat auch nichts. Okay, das heißt, wir müssen jetzt hier rum und da sein. Das wird, das wird eine Aufgabe hier. So, warte. Genau, hier geradeaus. Also. Und ein Welt. Wer, wer greift an? Da hinten. Na, wieder diese Statue. Jetzt, äh, kriegen wir noch einen Gegner. Nope. Und ein Y-X. Der ging schnell. 75 Gold. Und 48 Gold. Also, wie viel tragen wir noch? 150 von 199. So, dann sind wir jetzt wieder in dem Bereich. Und der hat nichts. Okay, die Frage, die ich mir jetzt aber stelle, ist. Entschuldigung. Boah, der war gerade schlimm. So, da bin ich wieder. Uh. Das war aber ein ordentlicher Hustnerfall. Es tut mir wirklich leid. Aber ich habe die Aufnahme ganz kurz pausiert und bin wieder da. Das hat mir gerade vorgehalten. Soll ich mich hier weiter. Ich glaube schon hier, ja. Und der hat nichts. Und der hat nichts. Gut, gehen wir jetzt da rein. Gleich drei Skelette. Und alle liegen auf einen Haufen. Na, lass mal da rein. Okay, waren wir noch nicht. Und wieder ein Monk. Alter. Einen Kick von dem. Hat ordentlich Leben gefressen. 30 Gold und... Katana. Wie viel haben wir jetzt eigentlich an XP bekommen jetzt? 3,6 Millionen. Und der hat nichts. Das heißt dann jetzt... Ah. Das ist schon eingegrenzt. Hier oben muss das sein. Oder hier unten. Wohl, vorhin hatten wir irgendwas gelesen, was sagt... Äh... Nordosten. Also muss es hier irgendwo sein, der Diamant. Das heißt jetzt hier lang oder geradeaus durch? Richtung Norden. Wer kommt da? Wir gehen hier rein zuerst. Digga. Übertreibt nicht. Der Brace ist zerbroken. Was? 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 Der Brace ist zerbroken. Kann ich den dann? Oder den? Ähm... Wir haben ein Problem. Wir haben ein ganz starkes Problem. Wir müssen das hier einmal ganz kurz abbrechen. Die Expedition. Und uns einen Weg wieder zurücksuchen. Das heißt hier jetzt... Und Heiltränke suchen. Wo müssen wir hin? Genau. Hier jetzt gleich links. Nein! Wo muss ich lang? Machen wir zurück. Machen wir links. Ganz schnell. Warte. Ein Savegame machen bei der 4. Dann hier jetzt nach links. Und dann wieder links. Dann rechts. Dann rechts. Hier links. Wir haben gleich ein richtig dickes Problem. Hier noch nichts rein. Genau. Hier rein. Dann rechts gleich. Warte mal. Hier sieht es auch interessant aus. Aber gehen wir noch nicht dahin. Müssen da lang. Genau. Und jetzt gleich... Rechts die erste Tür. Wir brauchen Heiltränke. Ganz dringend. So. Und jetzt hier. Genau. Norden. So. Warte mal. Jetzt ganz genau überlegen. Richtung Norden bis zum Wasser. Der Raum. Wir gehen erstmal bis zum Wasser. Das wird gefährlich für uns. Nein. Ich habe keine Zeit für dich, Geist. Genau. Hier haben wir jetzt das Wasser. Das heißt, wenn wir da jetzt reingehen. Und dann... Ja, wir hätten auch hier ran. So. Und dann hier ab dem Wasser. Ja. Gehen wir nochmal... ...kurz da lang. Nein. Nein. Nein, 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 nein. Weg, 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 weg. Ich bin gerade, dass ich jetzt hier runterfalle. Aber weg. So. Das heißt, jetzt hier... ... kurz schwimmen. So, das heißt, dann hier jetzt nochmal rechts. Ihr seid mir gerade egal, Skelette. Ich hoffe, wir werden das bis zum nächsten Dorf... ...der hier, zwei Tage. Warte mal. Wir sind ja dieses. Das heißt, wir müssen hier einen kleinen Savegame machen. Machen wir nochmal auf die vier. Und dann jetzt. Auf jeden Fall sollten wir das nicht überleben. Bis Marbrook. Drei Tage. Ja. Ah. Huh. Ja, jetzt erstmal... ...hier hin, heilen lassen. Ganz egal, was das kostet. Und klar, das ist auch der Justiz, genau. Hier, Cure, genau. Sie ist die Monat 2. Passt. Das heißt, wir brauchen doch Heiltränke. Und jetzt müssen wir auf Healing True irgendwo reparieren. Jetzt ist nur die Frage, wo sind die... Okay, wie heißen die jetzt da? Äh... ...Equipment Stores. Da war doch einer gerade da hinten, ne? Oder doch nicht. Wir brauchen Equipment Store. Hallo. Ist ein Notfall. Hier haben wir einen. Den markieren wir uns mal. Ja. War da auch noch jemand? Wollt schon sagen. Schaut gerade so aus. Wir verkaufen jetzt mit den ganzen anderen Zeug. Ähm... Was hatten wir denn? Genau, die Plattenhelme. 810. Geht in Ordnung. Plattenhelm. Noch Plattenhelm. Spielhelm. Fahrer. Na, war X auch noch, kennen wir? Nein, noch nicht. Äh, geil. Können wir hier unseren... Den hier reparieren. 1635 wird es kosten. Not in Mark. Hm... Hier Bracers. 1640. Heißt, dann Geld haben wir wieder. Ebony Hellen. Äh, äh... Wo haben wir noch was? Belt of Agility. Hier haben wir jede Menge Belze. Okay, die Belze sind eher ein bisschen schade, dass sie so wenig wert sind. So, der eine jetzt. Ah, geil. 2106. Und ein Torque. Okay, das war's dann. Dann können wir noch ein paar andere Sachen zum Reparieren hier dalassen. Hm... Ebony Pyras, genau. Ah, okay. Hm... Ebony Hellen. Okay, dann war die. Der braucht nicht, okay. So, dann gucken wir mal eher hier das hier an. Ja, 1931. Geht in Ordnung. Ich hab' den Katana auch wohl. Ja. Ebony Bracelet. Ebony Torque. Okay. 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 So, dann haben wir die drei zumindest hier. Dann gehen wir mal... ...zehn Tage irgendwo pennen hier in der Nähe. Da wirst du nur wo. Es war doch vorhin jede Menge... Hä, wo sind die denn? Die Tavernen. Ah, da haben wir eine. Ja, dann pennen wir hier mal zehn Tage durch. Ja. So, get a room. Single. Reicht. Zehn Tage. Ja. Dann können wir hier... Camp Vorwahl... ...240 Stunden... ...äh, schunden. Ja. Dann können wir hier... ...Camp Vorwahl... ...240 Stunden... ...äh, schunden. und neunzig theoretisch könnten wir uns davon ja schon den bogen holen aus eben erz aber wir brauchen viel viel dringender jetzt da oben war das genau wir brauchen jetzt viel dringender heiltränke weil healing true ist doch nicht so sicher wie ich es erhofft hatte irgendwann ist er verbraucht so repair status nice dann können wir die uns wieder aufsetzen dann suchen wir uns jetzt mal ganz schnell die magier gilde als man die hier ich glaube das ist sie ich glaube das ist südwestlich dann kaufen muss noch mal 100 potions ja da ist es schon so bei pauschen die linken genau und das machen wir mal 90 oder warte 99 ja 4950 muss ich mit leben und noch einmal dann haben wir genau 100 was hat eigentlich noch so ein sortiment gleich hier ring of healing was gibt es hier noch eigentlich so an potions ok wie viel ausdauert ich denke haben wir noch damit haben wir sieben dann werden wir uns noch mal 13 von den sammier tränken holen 13 ja so und wie viel geld haben wir noch ja exakt genauso viel wie vor unserer reise dahin zum ja dann würde ich sagen in der nächsten folge machen wir uns wieder dahin auf den weg in den dungeon und versuchen da mal weiter zu kommen aber das war jetzt echt äh gute notsituation keine heiltränke und das ding äh die breath of heal waren komplett verbraucht dann würde ich sagen sehen wir uns in der nächsten folge wieder ich bin's euer max deus und tschau und tschau dann 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 Untertitelung des ZDF, 2020